Moin moin YouTube! Der Marktplatz! Wovon redest du überhaupt? Ich sehe hier nichts dergleichen. Ach, du meinst das Zeug, das bei meiner Feldforschung kaputt ging? Naja, dafür versteckt sich ein Bonbon in einer Besitzung. Glaubst du, du findest es? Kid, Colin, ihr haltet euch da raus. Das ist mein Kampf! Tag 1. Wir haben hier eine lustige aussehende Map. Ja, und wir haben zwei Fabriken. Gegner hat auch zwei Fabriken. Interessant ist diese Fabrik hier in der Mitte, würde ich mal tippen. Deswegen werde ich versuchen, die als erstes zu bekommen. Ich baue eine Infanterie hier unten, eine Infanterie oben. Und dann kann in der nächsten Runde das muntere Besetzen losgehen. So, Cut ist zuerst dran, wir brauchen auch zwei Infanterien, kein Problem. Tag 2 für uns, alles noch. Paletti-Infanterie bewegen wir nach vorne. Die Infanterie bewegen wir auch nach vorne. Hm, ich bin gerade überlegen, ob ich mit der oberen Infanterie nicht lieber hier diese Stadt einnehmen möchte zuerst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schaffe ja rechtzeitig oder ob er seine Infanterie dahin bewegt. Naja, wollen wir erst mal gucken, was nächste Runde passiert. Ich baue hier eine Infanterie und dann noch eine so. Ende. Nächste Runde, Tag Nummer 2 für Cut. Weiter geht's. Okay, er besetzt unten zuerst mit seiner Infanterie aus der nördlichen Fabrik. Ich könnte dahin gehen, aber er kann schon fast da angreifen. Ich glaube, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich gehe trotzdem da mal hin. Die nächste Infanterie ist ja direkt daneben. So, ich fange an hier zu besetzen und die Fabrik kann ich nächste Runde anfangen zu besetzen. Und dann kann ich noch ein TTP bauen. TTP zu haben ist niemals verkehrt, immer was Gutes. Tag Nummer 3 für Cut. Besetzen der Städte ist schon zu Ende. Hm, okay. Und ich bewege mich einfach hier und besetze mal. Ich hoffe einfach, ich habe eine höhere Deckung in der Stadt im Vergleich zum Fluss. In der Stadt habe ich 3 Sterne Deckung, im Fluss habe ich nur 0 Sterne Deckung. Okay, ich fange jetzt endlich an mit dem Besetzen von der Fabrik in der Mitte. Bewege meinen TTP ein bisschen offensiver. Ich habe 3000 Credits noch. Aber momentan weiß ich nicht, wofür ich die ausgeben sollte. Deswegen skippe ich einfach den Part und wir sind in Tag 4. Tag 4 für Cut. Sie greift meinen Infanteristen an, der gerade dabei ist, diese Stadt hier oben zu besetzen. Ich werde erstmal das Besetzen der Fabrik und bewege mich dann hier in Richtung Süden zu dieser Stadt. Und dann baue ich mal... Ah, ich habe noch nicht genug Geld für einen Flak. Das ist natürlich ärgerlich. Hier besetzen... Ich beende das Besetzen hier erstmal. Ich hoffe einfach mal, dass das hier klappt. Ich besetze hier einmal weiter. Wahrscheinlich wird es natürlich nicht klappen bei meinem Glück. Aber ich muss noch eine Runde sparen. Oder ich würde mir einen Jagdpanzer holen. Ich glaube, das mache ich. Ich hole mir einen Jagdpanzer und beende die Runde. Cut ist an der Reihe Tag Nummer 5 für sie. So, meine Infanterie da oben beim Besetzen hat nur noch 3 Lebenspunkte. Und zu besetzen bräuchte ich noch 4. Ich hoffe sehr, ich hoffe wirklich sehr, dass ich in der nächsten Runde mit dieser Infanterie nicht sterbe. Das wäre äußerst, äußerst ungünstig. So, hier kann ich anfangen zu besetzen. Und hier kann ich diese Infanterie immerhin ein bisschen demolieren. So, Jagdpanzer weiter nach vorne. Was kann ich jetzt hier Lustiges bauen? Eine Artillerie, die ist doch, die ist doch schon mal nicht schlecht. Die ist doch schon ganz gut am Platz da. So, ich habe 0 Credits. Und damit übergebe ich an Cut. Nächster Tag für Cut. Okay, meine Infanterie ist weg. Und da oben, da habe ich die Stadt gesichert. Das ist schön. Das ist sehr schön. In der nächsten Runde werde ich sie wahrscheinlich sofort verlieren. Aber damit kann ich... Na, was heißt verlieren? Okay, erstmal hier die Infanterie wegbauen. So, Stadt besetzen. Und wie gehe ich hier jetzt am geschicktesten vor? Hm. Also, ich finde es uncool, dass ich keine Flak habe. So, die Infanterie kommt auch noch weg. Und was mache ich jetzt hiermit noch? Ich bewege die Infanterie einfach mal hier hin. Mal gucken, was passiert. Ich beende die Runde. Ich möchte mir in der nächsten Runde gerne endlich mal einen Flak kaufen. In meiner nördlichen Fabrik. Er fängt nämlich an zu besetzen. Das ist ungünstig. Und ich kann ihn nicht aufhalten, oder? Kann ich ihn aufhalten mit der Infanterie? Ja, kann ich. Das ist schon mal gut. So, ich habe jetzt genug Geld für einen Flak. Das wurde auch mal Zeit, ne? Mit der Artillerie kann ich soweit nichts machen. Mit dem Jagdpanzer könnte ich in den Wald stellen. Und das, denke ich, mache ich auch. So, 3 HP für den TTP. Okay, dann geht's weiter hier mit der Infanterie dahin. Okay, was baue ich jetzt noch am intelligentesten? Ich könnte noch eine Artillerie bauen. Bringt mir die denn was? Ich denke, das mache ich mal ausnahmsweise. Also, normalerweise bin ich eher so der Flak-Typ im Vergleich zur Artillerie. Aber ich glaube, in dieser Situation baue ich einfach mal eine Artillerie. Einfach so, just for fun. Okay, er greift meine Artillerie an mit seinem Jagdpanzer. Ansonsten nichts gravierendes passiert. Er besitzt weiterhin die Stadt. Meine Flak geht weiter in Richtung des Gegners. Ich muss ihn jetzt unter 3 HP bringen, ne? Aber das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Das ist schade. Dann greife ich halt diese Einheit hier an. Okay, und jetzt? Was mache ich jetzt noch Lustiges? Ich greife erstmal hier diesen Jagdpanzer an. Und dann vernichte ich ihn noch mit meinem Jagdpanzer. Gut. Und dann lade ich ihn in den TTP. Und damit ist mein Ziel, unten diese Stadt einzunehmen. Ration können wir mal verteilen. So. Können wir noch was bauen, was lustig ist? Was uns vielleicht helfen würde in irgendeiner Weise? Ich habe genug Geld für den Flak und deswegen benutze ich das auch mal dafür. So, nächste Runde. Tag Nummer 9. Für Kat. Okay. Keine Auseinandersetzung an diesem Tag. Die Stadt ist noch nicht besetzt, weil er seine Einheiten geeint hat. Er hätte doch locker die Stadt fertig besitzen können, dieser Trottel. Jetzt greife ich mit meinem Flak an. Noch drei Punkte fehlen zum Besetzen. In der nächsten Runde kann er es definitiv nicht schaffen. Das ist hundertprozentig klar. Okay, meine Artillerie nimmt erstmal den TTP raus. Und mit dem Jagdpanzer greife ich seine Artillerie an. Das ist doch schon mal schön so. Dann bewege ich mich hier hin, entlade die Infanterie dort. Da kommt er jetzt nämlich nicht mit der Mech-Einheit hin. Das hier ist nämlich kein Fluss, sondern ein Meer. Definitionstechnisch vom Spiel. Ich habe noch einen Flak hier hinten. Ich würde ja gerne diese Infanterie ein bisschen heilen, ne? Um ehrlich zu sein, jetzt an dieser Stelle mal. Deswegen stelle ich ihn mal nahe der Stadt, um ihn in der nächsten Runde zu heilen. Und was baue ich jetzt? Baue ich einen Jagdpanzer oder einen Flak? Hm, ich glaube momentan ist ein Flak noch besser. Anhand der Einheiten, die mein Gegner so hat. Also, Tag 10. Ich habe noch einen Flak gebaut. Er versucht die Stadt noch weiter zu besessen. Schafft es nicht. Und ich kann die Stadt jetzt verteidigen mit meinem Flak. Gleichzeitig hier kann ich selber besetzen. Das ist doch schön. So, Besetzen abgebrochen. Er hat richtig viel Tage dabei verloren. Sein Speer ist in Reichweite mit einer Artillerie. Das nutze ich doch mal glatt aus. Schamlos wie ich bin. So, Speer kaputt. Bis wohl kein seiner Artillerie denn schießt. Mein Jagdpanzer ist in Reichweite. Das gefällt mir nicht. Nicht so gut ist das. Okay, dann würde ich sagen, ich bewege den Flak hier hin. Und mit dem Jagdpanzer. Hm, was würde passieren, wenn ich hier angreifen würde? 63% Schaden. Alternativ könnte ich auch hier angreifen. Aber dann wäre ich in der Reichweite der Flak wieder. Ja. Okay, dann stehe ich mich einfach mal in den Wald. Und baue einen weiteren Jagdpanzer. Okay, machen wir das so. Nächste Runde. Tag Nummer 11 für Kat. Sie fängt wieder an zu besetzen, meine Stadt oben. Aber ich kann mit meiner Flak jetzt die ganze Zeit Mutter verteidigen. Kein Problem damit. Aber er hat tatsächlich meinen Jagdpanzer auch noch mit der Mech-Einheit angegriffen. Okay, aber hier kann ich auf jeden Fall erstmal zu Ende besetzen. Kommandant, das fiel uns bei der Besetzung einer Stadt in die Hände. Hm? Was ist denn das? Nun, das ist eine Karte, auf der ein Labor des Gegners eingezeichnet ist. Ein Labor? Was meinst du denn damit? Ein Forschungslabormann, in dem ein neues Waffensystem entwickelt wird. Es würde unsere Lage extrem verbessern, wenn wir diese neue Waffe selbst einsetzen könnten. Hm, das gefällt mir nicht. Können wir gegnerische Waffen einsetzen? Nun, wir kennen den Standort. Der kleine Abstecher kostet doch nichts. Dabei geht's, so wie ich das jetzt verstanden habe, um... Um die Titanenpanzer. So, was mache ich jetzt noch Lustiges? Ich glaube, ich greife mal hier an, obwohl es nicht viel bringt. Kann ich die Mech-Einheit denn effektiv angreifen mit meinem Flak? Das geht. Ich könnte auch hier angreifen, dann mache ich lieber das. Und jetzt nehme ich seine Artillerie komplett raus. Das ist doch schon mal schön. So, die Artillerie bewege ich hier nach vorne. Und was kann ich jetzt noch Lustiges bauen? Ich glaube, ich... ...baue erstmal nichts, spare in der nächsten Runde auf einen Kampfpanzer. Tag 12 für Cut. Okay, meine Flaks werden heftig in die Mangel genommen gerade. Gefällt mir nicht so gut jetzt. Zuerst mal beende ich sein Besetzen meiner Stadt. Ist ja meine, ne? Ist ja mein gutes Recht. So, was mache ich jetzt weiter? Ich blockiere am besten mal seine Fabrik mit meinem Jagdpanzer, sodass er nichts mehr bauen kann. Das ist doch total der smarte Plan jetzt. So, Jagdpanzer angreifen. Die Flakke ist fast im Eimer. Ich bewege die deswegen mal nach unten hier. Und ich greife die Mech-Einheit mit dem Jagdpanzer an. Ich habe genug Geld für den Kampfpanzer. Okay. Und hiermit bewege ich mich mal dahin. Okay, ich glaube, meine Position ist momentan ganz gut. Sieht schön aus. Ich bin schon relativ... Meine Figuren sind weit entwickelt, wie man im Schachjargon sagen würde. Und momentan sehe ich keine Bedrohung für mich. Ich habe fast meine Spezialgabe voll. Das ist auch schön. So, wie gehe ich jetzt weiter vor? Ich habe hier noch einen Jagdpanzer. Mit dem kann ich seinen nicht rausnehmen. Ich könnte mit meinem Kampfpanzer den Jagdpanzer von dem rausnehmen. Aber meine Artillerie steht im Weg dafür. Aber ich glaube, ich opfere diese Position. Ich stelle die Infanterie auf den Berg. Die Artillerie kommt dafür nach vorne. Und jetzt haben wir Platz hier für den Kampfpanzer. Und diese Flakke stelle ich zum Reparieren in die Stadt. Dieser Kampfpanzer ist auch ein bisschen... Aber ich kann ihn noch nutzen, um hier hinzugreifen. Schön. Und dann brauche ich noch eine weitere Flakke. Ich bin ein Flakke-Fan. Muss ich zugeben, an dieser Stelle jetzt Tag Nummer 14. Spezialgabe ist fast voll bei ihr. Bei mir aber auch. Ich glaube, nächste Runde habe ich Spezialgabe. Ne, mir fehlt noch ein kompletter Stern. Habe ich mich ein bisschen verrechnet. Soll vorkommen. Passiert dem Besten. Okay, was mache ich jetzt am geschicktesten? Ich nehme erstmal seine Mech-Einheit komplett raus. Und ich finde es super, wie er hier nicht den Jagdpanzer angreift. Weil so kann er immer nur eine Einheit pro Runde herstellen. Herstellen. Das finde ich sehr gut. So. Das nehme ich so schon mal raus. Der TTP kann sich nicht wehren. Deswegen ein leichtes Ziel für den Jagdpanzer. Auch wenn ich ihn nicht rausnehme. Kampfpanzer bewegt sich auch dahin. Was mache ich mit der Infanterie? Hm. Ich glaube... Ne, die muss da eigentlich bleiben. Ich greife die Mech-Einheit an. Auch wenn es ein bisschen mehr Damage mehr macht als ihm. Aber da muss ich jetzt durch. 9.900 Euro habe ich. Deswegen brauche ich mir noch einen Jagdpanzer. So, ich beende die Runde. Und Cut ist am Zug. Spezialgabe ist voll. Na, Lust auf ein kleines Spielchen? Fangen Sie mich. Und die Optimal-Taktik wird angewandt. So, fängt wieder an zu besetzen. Hat die ganze Zeit noch nicht geklappt. Meine Infanterie hat gut die Flak geblockt. Das war schön. So, hier oben mache ich jetzt erstmal wieder hier schottendicht für ihn, ne? Die Infanterie schicke ich dahin zum Reparieren. Okay, was mache ich jetzt noch schönes? Ich greife mit meiner Flak erstmal seine Mech an und zerstöre die. Der Jagdpanzer soll irgendwie hier weg. Ich schicke ihn mal dahin, sodass ich hier den TTP angreifen kann. Und mit meinem Flak kann ich jetzt seine Mech-Einheit... Ich mache nur 33% Schaden. Das lohnt sich nicht so. Okay. 10.300 Credits oder Fonds oder Euro oder Dollar oder Yen oder was auch immer ich noch habe. Worin investiere ich die jetzt noch? Mir fällt nichts Lustiges ein zu investieren, deswegen brauche ich einfach noch eine Flak. Tag Nummer 16. Die Karte ist an der Reihe. Ich glaube, sie kann nicht mehr viel machen. Wir haben so gut wie gewonnen. Meine Spezialgabe ist noch nicht voll, aber das macht mir nichts. Ich greife den Jagdpanzer an und dann zerstöre ich ihn mit dem Kampfpanzer. So, und jetzt kann ich mit meinem Flak hier sozusagen direkt vor die Haustür von Kat marschieren. Und ich glaube, das dauert nicht mehr lange und wir haben gewonnen, ne? So, ich rotiere meine Einheiten alle ein bisschen nach vorne. Aber ich glaube, in der nächsten Runde habe ich vermutlich schon gewonnen. Just for fun brauche ich nochmal eine Flak hier oben. Bringt zwar nichts, aber egal. Hier können wir nochmal die Munition aufrüsten. Wir übergeben nochmal einen Cut für ihren letzten Tag. Flak. Sie baut nochmal eine Mech-Einheit. Damit kann ich leben. Meine Spezialgabe ist voll. Da benutzen wir die nochmal glatt. Spezialgabe. Es hilft Winter. Normalerweise sind Einheiten im Winter im Bewegungsradius eingeschränkt. Helmut gilt das allerdings nicht. Von daher ist das schon mal ein Vorteil für uns. Und in der Spezialgabe nimmt jede feindliche Einheit auch noch zuzüglich. Dazu zwei Punkte Schaden. Das ist doch schön. So, Flak zuerst. 65 Prozent. Wie können wir hier weiter agieren? Okay, gut. Dann habe ich quasi gewonnen. An dieser Stelle. Oh, oh. Jetzt habe ich noch ein Problem. Naja. Dann suche ich mir meinen anderen Spielplatz. Tschüssi. Hier ist es. Hier stammt ein Elternhaus. Kommandant. Und da drüben. Da war der Marktplatz. Hier spielte ich den ganzen Tag mit Nachbarskindern. Egal wie viel Schnee in den Straßen und Türmen der ist, macht uns nichts aus. Schaut, genau hier. Seht ihr? Noch den Grundriss des Platzes. Äh, Olaf. Black Hole. Dafür werdet ihr büßen. So, der Sieg wurde errungen. Ich habe eine Punktzahl in Höhe von 291 erreicht. Damit bin ich zufrieden. Immerhin ein S-Rang. Ich kämpfe, bis mein Land wieder frei ist, sagt Olaf hier zu uns. Ja, und damit würde ich sagen, beende ich diesen Part von Advance Wars in den nächsten. Im nächsten Part werden wir uns eine weitere Mission aussuchen, die wir dann bestreiten. Also, bis dann, YouTube. Ciao. 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 Vielen Dank.